hallo meine zuschauer und willkommen zu ja schlechte neuigkeiten unsere alte welt ist leider für die tonne abgrund dessen dass sich da alles so verpackt hat und wir haben ein freund der schießt uns sicher was ich jetzt machen wollte wir wollten ja letzte folge noch weiter ich weiß wie viel wir wollten da ja skaro weiter erkunden naja bestimmt alles wurde auch zurückgesetzt scheiße wir müssen ja alles lockt mit ihr gut dann nehmen wir uns eine mit so ein schwerter kennen wir ja bum bum ich zeige mir vielleicht auch nicht schlecht oben nehmen wir auch mit ich habe endlich von diesen monddingern so ein blaster bekommen das ist alles gut und daher kommst du mit na komm ne wo ist das so kontrol braucht ich bitte komm da hat uns karo yes perfekt okay legen alle rum oh ich glaube weil ähm ja müssen wir wieder runter schrauben und äh schwierigkeit machen wir auch einfach so jetzt sollte es gehen geht der himmel ist nicht da nicht so schlimm wo kommt der wo kommt ihr her der himmel ist jetzt nicht so schön aber das ist das ist blöd ah bei den chancen sind es wieder perfekt so ist alles auch schon gleich viel heller hier ist noch ein blauer da weg oder hätten wir das dungeon noch mal das ist definitiv ein anderes das ist definitiv ein anderes wir kriegen keine effekte warte wir müssen wir müssen aber ganz kurz gucken ich bin gar nicht da alter wie viele oh nein alter wie viele wir brauchen noch eine Nachtsicht EILIGER holy crap wirklich geschaffen hast ich habe mir nicht geschaffen ich muss mit Bogen arbeiten als wenn die so schnell umgehen das ist doch jetzt nicht wahr oder fuck wir müssen aber kurz hingehen und eins mann wir brauchen Vortex Manitrolator wir müssen da wieder zurück anders gehts man grads nicht ich kann nicht hier hin Skaro bitte wir haben jetzt bei unserer TARDIS ne natürlich nicht ne wir haben unser TARDIS verloren auch krasse oder muss nicht sein wir brauchen eigentlich nur die Koordinaten wir brauchen die gleichen Koordinaten wir brauchen die gleichen Koordinaten wie wir bei GARDIFRAY hätten dann kommen wir da wieder hin ach Leute ey diese Folge ist voller also minus 4 2 2 2 5 auf der Höhe 90 minus 4 4 1 0 wir haben unser TARDIS wieder zumindest eine Sache das ist gut so wurde so ganz schnell unsere Items und dann ist alles wieder Paletti ach hey die die Makarele okay das nächste mal gehen wir ein bisschen vorbereitet da rein und direkt wieder geben und null es ist nichts passiert ja das sollten wir ändern tut mir leid wenn ich jetzt grad so viel cheaten muss aber ja ja x x x x x x x Das hat weh... okay. Alles gut, wir haben unsere Tades. Boah, Alter. Wir haben was, oder? Wir kriegen sie. Wir kriegen sie. Mein Pink Fluffy Dalek. Wir können ja mal den Jodomblaster ausprobieren, ne? Oh, der Fluffy vielleicht. Ja. Oh, ich schieß gut. Ohne Nachtsicht geht mir. Wir können uns nur auf unsere Augen verlassen. Puh. Es ist... echt schwierig. Dungeon. Das ist nicht wirklich ein Dungeon, ne? Okay, oh, komm. Wir brauchen doch nochmal Nachtsicht. Da müssen wir doch nochmal ein bisschen fuchsen. Und... Stirbt alle. Alter. Hu hu hu. Das waren echt viele. Dieser Cityblock der... Kann uns gar nicht schießen, ha? Dieser Cityblock probiert mich übertriften noch. Kann ich damit... Irgendwas anstellen? Nö. Okay. X. 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 Hier drin hier. Moin. Ähm. Joa. Kommen wir da rein. Dann... Redstone. Kommt hier hin. Skavo. Wo kommt Skavo? Geht's da hin? Deine Kondorte. Dann Cityworks. Oh nice. Okay, dann würd ich sagen... Ne wobei, wir müssen ja nicht unbedingt hin. Wir lassen einfach den Zufall entscheiden. Wo geht's hin? Nach Varos. Na wobei. Aha, ne. Kommt, Trenzellor. Trenzellor. Riedel. 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 Ich war so gern schon ein Mädchen nichts Guck guck Oh was bist du denn? Hallo nicht so aggressiv ja? Oh wir haben Ich bin ein Beihungenhut Boah alter was ist das hier von der Atmosphäre? Guck mal Mausstein Der kommt ja drum Oh wir gucken mal auf den Boden Ich weiß es ist das hier Hinselor Stein oder was? Granit Knoll Geht Alles klar Aufwand Tja Äh Jo gut Ne Gibt es hier auch irgendwelche Dungeons? We don't know Jetzt sind noch mehr von den Typen Komm Ich knall mir ab Okay die Waffe von diesen Nashorn-Dinger sind schon stark Muss es nicht Man kriegt Tüte Kann man mit denen irgendwas machen? Man kann sie verzaubern So Okay Zu wissen Wenn da sehr viel Lava ist hier Oder sind noch mehr von denen? Ich war ein bisschen laut aber ne Anscheinend nicht aber xp ist auch gut bevor die Lava da ist Wuhuhu Wuhuhu Easy Oh Okay der Schuss hat aber noch eine Ammo Gut zu wissen Hier ist ne Höhle Gibt es hier Erze oder so? Ich weiß I don't know Mir seht sowieso alles etwas Merke dich hier aus Alter Was haben die denn hier für Höhle Systeme? Hm Jetzt echt tief nach unten. Nö, jemand hier? Hm, muss ja ganz kurz was schauen, auch einen Blick. Oh, alles gut. Anscheinend ist hier wirklich gar nichts außer Granit. Also wenn ich jetzt mal hier Granit fahren möchte, ne? Jo, ähm, ach, ja, null. Okay, dann holen wir uns auch kurz da, das Jungs von hin. Soll ich jetzt hier nicht mehr so? Jo, das ist halt auch schon so. Aber bevor wir das große Finale die Zitadelle machen, ne, bleibt noch ordentlich was zu holen. Wir müssen noch in den... Stimmt, wir können ja mal kurz in den Nether. Wir brauchen nämlich ne Gastrin und die Magma-Cream. Das wäre vielleicht etwas sinnvoller. Oder was sagt der Randomizer? Ins End. Können wir auch mal gehen. Ich weiß nicht, wo der Säger ist. Oder... ...ist da, oder? Ich bin jetzt nicht mehr so. 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 Das wäre natürlich schön. Werden wir jetzt aber sehen. Wow. Au. Was gestehen? Perfekt gelandet, muss ich sagen. Ist das bitte nicht aus der Welt gefallen? Hier bist du dran. Wir sind direkt bei diesen Chorusfrüchten. Total, das ist hier ein bisschen... Äh, ja. Nee? Ich bin fertig im Augenblick. Hoppala. So, du bist frei. Was wissen wir nur noch? Wieder reinkommen. Jo, wir sind hier. Und wir fliegen. Ich hoffe, der Ingetracht konnte sich jetzt antun. Anscheinend wäre die Wand nicht. Ah, naja. Ich habe doch alles weggemacht. Lull. Merkwürdig, aber okay. Jetzt aber. Ja. 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 Wo ist weiter? Wo ist denn der Insel? Hm. Der ist anscheinend auf der anderen Insel. Wir sind also hier hingekommen. Oh, das ist wirklich... Oh, frei. Ja, ich kann mir aber mal eine Lüte treffen. Das fällt gut. Oh, nur mit Fiestung. Ich kann mal kurz gucken. Ich kann mal kurz gucken. Ich kann mal kurz gucken. Guck mal. Nein. Nein. Das ist mir der letzte Wett passiert, dass hier das Innere nicht mehr geladen hat. Dann hing ich film und ewig drin fest und wenn ich weggehen wollte, ist das Spiel abgestürzt. Ach, Mann. Nein. Tun wir das nicht an. Bitte. Ja, dann werden wir uns jetzt grad nur warten und hoffen, dass es lädt. Ja, wisst ihr was? Wir sehen uns einfach in der nächste Folge wieder. Aber wenn wir versuchen in den Nether zu gehen. Hoffentlich geht es. Bis dahin macht's gut. Und ciao. Eure Redcammer.